Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem Video über das Studium Bachelor Game Design an der Internationalen Hochschule IEU, was es damit so auf sich hat und warum ich mich genau gerade für diesen Studiengang entschieden habe, was da so die Hintergründe sind, was dazu geführt hat und warum das etwas sehr Besonderes ist, das erfährst du nach einem kurzen Intro, also bis gleich. Moin und herzlich willkommen zu diesem Video, vielen Dank, dass du dir dieses Video anschaust, falls du die Zeit hast, lass mal ein Abo da oder einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich als Content Creator sehr, sehr freuen und jetzt starten wir einfach ins Video rein, let's go! Ja, zum einen fangen wir überhaupt auch erstmal an, warum ich überhaupt auf dieses Studienfeld gekommen bin. Also bei mir ist es so, ich mache das parallel neben der Arbeit, die meisten werden von euch vielleicht, gerade die, die sich jetzt dieses Video anschauen, so ein bisschen in einer Erfindungsphase finden, wie kann ich am besten irgendwie Arbeit mit einem Studium verbinden, das ist gar nicht so einfach oder es wird einem immer sehr suggeriert, dass das total easy sei, das ist nicht ganz so. Also da muss man natürlich auch einen gewissen eigenen Motivation mit an den Tag legen, das zum einen, aber man kann an der internationalen Hochschule, da man ein Studium komplett in einem Online-Kurs machen oder in einem Fernstudienkurs, denn bei mir ist es so, ich sitze in den Vereinigten Staaten von Amerika und arbeite hier für die nächsten paar Jahre, bis ich dann irgendwann mal wieder nach Deutschland zurückgehe. Und deswegen kam mir die Idee, mit dieser ganzen Zeit, die man so eigentlich ja auch hat, was will man denn später mal haben? Ich bin jetzt fast 40 Jahre alt, ne, ich bin nicht nur fast 40 Jahre alt, ich bin 40 Jahre alt, eigentlich 29,4 sagt man da so. Aber es ist, man möchte halt einfach irgendwo ja auch ein bisschen vorankommen und da ist natürlich, da kann man sich angucken, was für Online-Kurse man so macht. Und bei mir hat das immer irgendwie in irgendeiner Form daran gehapert, dass man zur Präsenzprüfung irgendwo hin musste. Das geht natürlich auch hier in den Vereinigten Staaten, ich kann auch hier in den Vereinigten Staaten Präsenzprüfung schreiben, allerdings ist der Aufwand dann ein bisschen größer. Als sich hier hinzusetzen, eine Kamera anzumachen, ins Mikrofon reinzusprechen, ja hallo, hier ist niemand bei mir, die Katze, die habe ich weggesperrt, der Hund, der ist bei Freunden untergekommen und die Oma schläft fünf Apartments weiter bei ihrem Kumpel. Auf jeden Fall habt ihr die Möglichkeit bei der IEU und das war eben auch wirklich der ausschlaggebende Faktor, die Möglichkeit wirklich eine Klausur online zu Hause abzulegen mit einem jemandem, der euch da über die Schulter schaut und ihr schreibt da eure Arbeit und ihr macht da euer Ding im Grunde genommen. Was möchte ich mit der Videoreihe machen? Ich möchte mit der Videoreihe während des Studiums das Ganze so ein bisschen begleiten, wie das für mich das Fernstudium ist und meine Erfahrungen daraus erzählen, die positive aber wie auch die jetzt zum Beispiel negativen Sachen, denn bei so einem Fernstudium ist natürlich nicht alles gräut, was glänzt und ihr seht halt immer diese Hochglanz-Sachen so nach dem Motto, er freut sich da, also auf der Seite, er freut sich da total, dass er da so ein Headset auf hat, hier so eine Virtual Reality Brille. Ihr sitzt nicht die ganze Zeit im Studium mit so einer Virtual Reality Brille und schiebt da irgendwelche Bauklötzchen von A nach B, denn in der Hintergrund der ganzen Geschichte bei einem Bachelor-Studiengang ist natürlich, dass ihr gewisse Arbeit reinsteckt. Und bei dieser Arbeit ist es tatsächlich so, dass ihr mehrere Module auswählen könnt aus diesen ganzen Modul Fundus und ihr müsst pro Semester immer sechs bearbeiten. Wenn ihr ein Teilzeitmodell nehmt, ist das, also sechs Module sind das Vollzeitmodell, wie man das so kennt von der Universität her. Da die paar, sechs Semester abreißen, dann hat man halt seine drei Jahre voll, seine 180 Credit Points oder man macht es eben halt langsamer, weil gerade parallel neben der Arbeit, ich habe mit dem Teilzeitmodell 2 angefangen, das ist die doppelte Studiendauer, weil ich halt auch einfach erstmal gucken muss, passt mir das, kann ich überhaupt genauso viel die ganze Zeit studieren? Dann kommt da nicht mal irgendwas dazwischen, der Hund kriegt Läuse, die Katze frisst die Hausaufgaben auf, solche Dinge halt. Oder es passiert irgendwas im Familienumfeld oder man schafft es einfach nicht, weil man Überstunden klopft wie so ein Irrer. Und da ist es dann eben halt einfach ganz praktisch, dass man auch wirklich mal etwas mehr Puffer hat. Was haben wir jetzt nicht gleichzusetzen, ist mit, ich lehne mich jetzt zurück und schniebel mir da einen ab, mache eben halt nicht mehr viel, nur weil ich ja, ich gucke auf die Uhr, ich habe ja noch fünf Wochen Zeit, dann brauche ich ja nichts machen. Und es ist auch eine Möglichkeit, wenn man es gerade parallel zur Arbeit macht, dass man eben halt auch wirklich sich Zeit lassen kann. Also man kann sich die Inhalte noch ein bisschen intensiver angucken, denn es ist ein Marathon. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon, auch wenn der Marathon immer mal wieder von Lernsprints begleitet ist. Und da bietet die Internationale Hochschule halt einfach ein sehr, 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 sehr gutes Umfeld, auch wie die Module und so weiter aufgebaut sind. Da gehe ich auch noch ein bisschen drauf ein, erzähle da ein bisschen was zu. Bei mir, ich habe angefangen mit dem Modul Einführung in Game Design. Da wird viel erklärt über, was sind Games, wie kommen, ja, warum gibt es Spiele, was ist der Sinn von Spielen, welche Mechaniken stehen dahinter, was sind Mechaniken, welche psychologischen Modelle stehen da mit drin, wie kann ich einen Spieler motivieren, kann ich ihn überfordern, kann ich ihn unterfordern, was sind technologische, politische Sachen, wie hat das Auswirkungen auf Spieler. Also es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr riesen. Die Liste, die wird immer größer und da muss man natürlich auch sehr, sehr viel lernen. Einführung in Game Design zum Beispiel hat auch eine Klausur, die ich schreiben muss aus einem Skript von 192 Seiten mit sehr vielen Inhalten drin, ein paar Bäderchen natürlich auch, weil es muss ja auch ein bisschen schmackhaft gemacht werden, das Ganze im Großen und Ganzen, aber es ist Arbeit. Und das ist immer so, denn man kriegt fünf Credit Points pro Modul, was man da so gemacht hat. Man kann sich verschiedene Kurse buchen, ich kann euch das hier jetzt auch nochmal zeigen. Ist ein bisschen on the fly aufgenommen, das Ganze. Und ich kann mir drei pro Semester aussuchen, Teilzeit Modell 2. Da werde ich auch nochmal ein bisschen was zu erzählen in den kommenden Videos, da gibt es halt einfach nochmal das eine oder andere, was man da noch machen kann. Am ersten Semester fängt halt an mit Gestaltung, interaktive Medien, ein bisschen Storytelling, allgemeine Psychologie, Einführung in Game Design, Game Studies, Einführung in das wissenschaftliche arbeiten, weil das ist natürlich nicht nur zum Rumdüdeln und natürlich geht es auch um Spiele. Das ist auch etwas, wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich hätte Mathematik genommen als Studiengang, dann würde ich den ganzen Abend nur zu Hause über irgendwelche Mathe-Sachen brüten, Rätsel lösen, Mathe-Rätsel lösen und hätte keinen, mit dem ich darüber reden könnte. Und das ist dann etwas, was halt einfach unglaublich schwierig wäre. So Game Studies, da kann man, jeder kennt das von seinen Kumpels her, die spielen alle Computerspiele. Das ist ja heutzutage etwas ganz Normales und im Großen und Ganzen ist es so, dass jeder kennt es. Und man hat da einfach ein paar Punkte, wo man anknüpfen kann, wo man dann eben halt mit den Leuten auch darüber sprechen kann. Und einfach, das ist einfach ultra interessant, das Ganze sich eben halt dann zu Gemüte zu führen und sich da ein bisschen rein zu vertiefen. Ich persönlich finde das halt einfach mega gut. Und es gibt eben halt einfach die Möglichkeit, das alles online zu machen. Das ist so einer der ausschlaggebenden Gründe. Die Frage ist ja auch, was will man denn mit seiner Zeit machen? Ich habe das eine oder andere Mal gespielt, ich habe sehr lange YouTube gemacht, ich habe Tutorial-Videos erstellt, ich habe das eine oder andere gespielt, immer so ein bisschen davon getrieben, was könnte denn irgendwen interessieren. Aber am Ende des Tages bin ich dann persönlich so ein bisschen auf der Strecke geblieben und das war dann so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, irgendwann kommt auch mal die Zeit, was passiert denn, wenn? Und Bachelor ist eigentlich auch ein Ziel von mir und deswegen bin ich da reingestolpert in die ganze Geschichte. Also es ist wirklich sehr, sehr weitreichend, das Studienfeld. Man denkt das gar nicht so. Man kann auch grob, wie gesagt, sagen, pro fünf Credit Points ist man, also pro Punkt arbeitet man 30 Stunden daran, hat dann am Ende 150 Stunden pro Modul, die man da ungefähr investieren muss. Das kann natürlich bei dem einen mehr sein, das kann bei dem anderen weniger sein, das hängt halt immer davon ab, was so die eigenen Erfahrungen sind. Und was ich halt richtig gut fand, ist, dass es online machbar ist. Es ist alles online machbar jetzt, gerade wo ich hier in den Staaten bin, da bin ich natürlich weit ab, da kann ich nicht mal eben schnell in Hamburg fliegen, mich in Hamburg an die Uni setzen und dann eine Präsenzprüfung ablegen. Und das ist halt auch bei ganz vielen Studienanbietern der Fall, dass man eben halt mindestens mal einmal im Jahr oder einmal im halben Jahr dort vor Ort sein muss. Und selbst wenn das nur für eine Woche ist, um eben halt das eine oder andere durchzusprechen. Zusätzlich habe ich mir hier für das Studium Game Design auch einen Discord-Server rausgesucht, der sich tatsächlich dann eben halt auch mit dem Game Design Studium nicht wechseln. Gehen wir da mal raus. Also ich zeige euch das einfach mal, dann seht ihr das auch. Es gibt hier einen riesengroßen Discord-Server, wo hier halt tausend Sachen stehen und auch die einzelnen Semester alle abgelegt sind mit den einzelnen Feldern, was man alles so machen kann, um eben halt auch mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und das ist halt etwas, was ich heutzutage auch richtig klasse finde. Viel Arbeit, ja. Man muss was tun dafür, definitiv. Auch wenn der eine oder andere vielleicht einfach eine falsche oder eine romantisierte Vorstellung von Game Design hat oder generell vom Studiengang Füße zurücklehnen, hochlehnen, nur Party machen und so weiter. Das funktioniert bei einem Fernstudium natürlich nicht, weil man natürlich auch noch die Arbeit dabei hat, Family, Kinder. Wenn man Kinder hat, da wird das Ganze dann ein bisschen schwieriger. Es gibt drei Varianten, das Ganze zu machen bei der Internationalen Hochschule. Entweder Vollzeit, Teilzeit 1 oder Teilzeit 2. Vollzeit ist halt sechs Module pro Semester. Drei Jahre, dann ist man da fertig. Man braucht vier Jahre, wenn man das in Teilzeit 1 macht und sechs Jahre in Teilzeit 2. Man hat aber auch jederzeit die Möglichkeit, das dann einmal umzubasteln, um da eben halt auch wirklich zu sagen, hey, ich bin jetzt schneller durch. Ich habe in den nächsten zwei, drei Monate weiß ich genau, da kann ich noch ein bisschen ordentlich reinbuttern, dann kann man das einmal umstellen lassen. Da gibt es natürlich auch so ganz genaue Regeln, wie das dann funktioniert. Und man hat ein Jahr am Ende des Studiums oder wenn man zum Ende hinkommt, zum Ende seiner Zeit, je nachdem welches Zeitenmodell man da gewählt hat, hat man nochmal zwölf Monate, wo man eben halt kostenfrei das Ganze dann noch ein bisschen strecken kann. In der Regel kann es auch durchaus vorkommen, wenn man jetzt wirklich in Vollzeit unterwegs ist und die Katze verstirbt und man keinen Bock hat zu lernen, das ist ein super saloppes Beispiel jetzt. Und dann kann man natürlich halt einfach auch mal zwei Monate Abstand nehmen oder man schafft halt einfach ein bisschen weniger und man kann das dann hinten ranhängen. Was natürlich jetzt nicht bedeutet, dass man total der Prokrastinat werden sollte, also nur prokrastinieren. Prokrastinieren? Ich glaube so. Auf jeden Fall ist das ziemlich, das ist, ja, sollte man natürlich vermeiden. Ich werde das hin und wieder auch mal so posten zwischendurch, wie es mir da mit dem Fernstudium geht, wie gut ich vorankomme. Ich habe jetzt, wie gesagt, zwei Wochen bin ich jetzt schon dabei. Ich habe mein Abitur schon via Fernstudium gemacht bei der Studiengemeinschaft Darmstadt. Daher weiß ich auch ungefähr, was da so auf mich zukommt und wie man lernen muss. Natürlich ist Abitur und Studium, das kann man nicht immer so vergleichen. Das sind schon Unterschiede. Das eine ist halt etwas spezieller und geht halt sehr in die Tiefe. Und man muss eben halt auch gucken, dass man sich dann da mit diesen Studieninhalten auch beschäftigen kann und dass einem das auch liegt. Das kommt natürlich auch noch ein bisschen mit dazu. Also nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall immer mal eine gute Idee, sowas halt zu starten. Ja, wenn man auch das passende Kleingeld dafür hat, ist es leider nicht ganz günstig. Je nachdem, welches Modell man wählt, ob man nun in drei Jahren durch sein möchte. Also je schneller man ist, desto weniger kostet das Ganze. Wenn man jetzt sagt, so wie ich Teilzeit 2, die Kosten sind unterschiedlich, aber dann liegt man so bei knapp 17.000 Euro, weil man eben halt monatlich da seine 200 und ein paar zerhackte, plus dann noch ein paar kleine Gebühren für die Bachelorarbeit. Später, wenn man dann die Bachelorarbeit machen möchte, wenn man die einmal einreicht, dann muss man da knapp 700 Euro auf den Tisch legen, aber man kriegt dafür eben halt auch seinen Bachelor. Im Vergleich oder im internationalen Vergleich ist das sogar noch sehr günstig, denn studieren hier in Amerika, beispielsweise ich bin jetzt gerade hier in Florida, kostet knapp 60.000 Dollar für ein Jahr ungefähr. Und dabei sind noch nicht mal Unterkunftskosten mit eingerechnet oder irgendwelche Bücher, die man sich hier kaufen muss. Bei der IEU gibt es eine riesengroße Bücherei, man kriegt auch Sachen wie das Office-Paket mit dazu, man kriegt eine IEU-E-Mail-Adresse, man kriegt einen Studentenausweis, eine E-Matrikulations-Bescheinigung, womit man natürlich auch das eine oder andere günstiger kriegen kann. Auch hier in den Staaten ist es international gültig, es gibt auch eine englische Variante davon, man kann das Studium auch in Englisch machen, das funktioniert auch. Es ist einfach eine super gute Möglichkeit. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du Bock hast, mich da so ein bisschen mit zu begleiten durch die Höhen und durch die Tiefen. Höhen und Tiefen wird es geben in so einem fairen Studium. Also, lass es dir gut gehen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ich denke mal, immer so Mittwoch ist ein guter Update-Zeitpunkt. Also, bis dahin, lass es dir gut gehen. Wir sehen uns. Erstmal. Achso, wenn einer fragt, bei euch kommt es Donnerstag raus, bei mir ist es Mittwoch. So, Halbverschiebung vorderen. Wir sehen uns. Erstmal. Danke dir, dass du mein Video angeschaut hast bis zum Ende. Falls du noch ein weiteres Video gucken möchtest, du findest eins auf dieser Seite und die ganze Playlist findest du auf der anderen Seite. Falls du es noch nicht getan hast, einfach mal einen Daumen nach oben geben oder aber den Kanal abonnieren, dann verpasst du auch keine Videos mehr. Von der Vesarius Gamer Stube. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.